Hallo meine lieben Leute! Jetzt habe ich auch mal ein paar Jellies. Go! Lecker! Ja! Also, vorher lassen wir nicht zeigen, was wir in der App erst mal bei Weihnachten bekommen haben. Aber wir haben viele bekommen. Ja, aber das machen wir nach dem Silvester-Special, das morgen kommt. Oh mein Gott, ich glaube, wir werden erst mal in diese Alasheimer-Trinkbude hoch sprengen. Das hört er an. Lass das jetzt. Also, hier haben wir die dunkle Hülle. Teil 3. Aber Titelmusik machen wir diesmal nicht. Das dauert zu lange. Ja, also, jetzt geht's los! Viel Spaß! Viel Spaß! Aufstehen! Es ist schon kurz nach sieben! Ja, schön für dich. Wir müssen in die Schule! Was? Ja! Zu spät kommt es super! Okay. Scarlett! Ah! Wir müssen noch ein paar Sterne beobachten. Der Schubus ist schon da. Ah! Oh, ich glaube, das wird gefährlich. Ah! Was macht ihr denn jetzt hier? Ihr seid viel zu spät. Wir haben verschlafen. Sorry. Dann setzt euch jetzt auf eure Plätze. Also, heute... Wieso passiert das immer mir? Also, mal gucken, ob jeder da ist. Ähm... Lisa, Kralle? Hier! Scarlett? Kralle? Kralle? Hier! Katie, Kralle? Hier! Hier, 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 hier! Okay. So ersparen wir die die ganze Zeit. Kling! Der Unterricht ist vorbei. Die Ferien starten schon! Kling! Woo! Alle Mann raus! Ja! Ich, äh... Endlich Ferien! Äh, wo soll ich jetzt hin? Sterne! Was? Äh, Kinder? Kinder? Hallo, Kinder, kommt her! Was? Scarlett, komm bitte! Ja, ich komme! Wir haben euch was sehr Trauriges zu verkünden. So was sehr Trauriges! Ehrensthaft! Ja, ähm... Jack muss jetzt, äh, zu seiner neuen Schule. Was? Ja, weil ihr schon wieder mal gequasselt habt. Aber, das ist wahr. Wir haben gequasselt. Ach, nee, wussten wir ja noch gar nicht. Mhm. Oh, Gott, ey. Hehehe, du hast es abbekommen. Ha, jetzt hast du es abbekommen! Jetzt hast du es abbekommen. Du! Ines! Hi! 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 Vielen Dank.